Willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um erschwingliche Monitore für PC mit herausragender Qualität und Leistung. Wenn euch das Video gefällt und ihr nichts verpassen möchtet, dann abonniert meinen Kanal. Vergesst nicht, das Video zu liken und einen Kommentar zu hinterlassen. Aktiviert die Glocke für Benachrichtigungen bei neuen Videos. Hier dreht sich alles um hilfreiche und spannende Informationen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Los geht's in die Welt der preiswerten Monitore. Der Samsung C360EAU bietet ein beeindruckendes 27 Zoll Display mit Full-HD-Auflösung und VA-Panel-Technologie für eine immersive visuelle Erfahrung. Die gekrümmte Bildschirmoberfläche sorgt für ein fesselndes Seherlebnis. Mit einer schnellen Reaktionszeit von 4 Millisekunden werden Bewegungen flüssig und unscharfe Bilder minimiert, was Gamer begeistert. Die erstklassige Farb- und Kontrastdarstellung des Monitors wird durch die VA-Technologie ermöglicht, die tiefe Schwarztöne und lebendige Farben gewährleistet. Die AMD FreeSync-Technologie ermöglicht eine synchronisierte Bildwiederholrate zwischen Monitor und Grafikkarte für eine reibungslose Darstellung und minimierte Bildschirmrisse. Ein großer Pluspunkt für Gamer, da sie eine verbesserte Spielerfahrung genießen können. Der Monitor hat HDMI- und VGA-Anschlüsse für vielseitige Gerätekompatibilität. Die 75 Hz Bildwiederholfrequenz ermöglicht ein geschmeidiges Nutzererlebnis. Trotz vieler positiver Aspekte hat der C360-EAU auch einige Nachteile. Er hat keine integrierten Lautsprecher, daher sind externe Lautsprecher oder Kopfhörer für Audio erforderlich. Einige Benutzer könnten sich an die Krümmung gewöhnen müssen, besonders wenn die zuvor flache Monitore verwendet haben. Der LG GQ50 ist speziell für anspruchsvolle Gamer entwickelt. Mit Full-HD-Auflösung und schneller Reaktionszeit von einer Millisekunde bietet er ein reaktionsschnelles Spielerlebnis ohne Unschärfe. Die 165 Hz Bildwiederholfrequenz sorgt für bemerkenswerte Bildglattheit und minimiert Tearing, was den Spielspaß steigert. Das 16 zu 9 Seitenverhältnis und die 72% NTCS Farbraumabdeckung zeigen Spiel in lebendigen Farben und gestochen scharfer Qualität. Der Monitor hat LED-Hintergrundbeleuchtung für hervorragende Bildqualität und einen reduzierten Energieverbrauch, was umweltfreundlich ist. Die vielen Anschlussmöglichkeiten bieten bequeme Konnektivität zu PCs, Laptops und Spielekonsolen. Das minimalistische und ansprechende Design macht den Monitor zu einer attraktiven Ergänzung für jeden Schreibtisch. Trotz vieler Stärken hat der Monitor eine Full-HD-Auflösung nicht die höchste auf dem Markt. Für Nutzer mit hohen Ansprüchen an Pixeldichte könnte dies ein Nachteil sein. Der HP G4 bietet hochwertiges 24-Zoll-Display, Full-HD-Auflösung und IPS-Panel-Technologie für beeindruckende Bildqualität. Breite Betrachtungswinkel und präzise Farbwiedergabe sorgen für klare und lebendige Darstellung aus jedem Blickwinkel. Die schnelle 5 ms Reaktionszeit ermöglicht flüssige und verzögerungsfreie Bewegungen, besonders bei Videos und Spielen. Die 75 Hz Bildwiederholfrequenz sorgt für geschmeidige Darstellung und reduziert Unschärfeffekte für angenehmes Arbeiten und Spielen. Der HP G4 bietet vielseitige Anschlussmöglichkeiten wie HDMI und Displayport für einfache Konnektivität mit Laptops, PCs und Konsolen. Das schlanke und moderne Design des Monitors fügt sich nahtlos in jeden Arbeitsbereich oder Schreibtisch ein und verleiht ihm eine professionelle Note. Ein weiterer positiver Punkt ist die Augenschonungstechnologie, die das blaue Licht reduziert und die Belastung der Augen bei längerem Gebrauch minimiert. Trotz positiver Aspekte hat der Monitor auch einige negative Punkte. Die Full HD Auflösung ist für die meisten alltäglichen Aufgaben ausreichend, aber für anspruchsvollere Anwendungen gibt es Monitore mit höheren Auflösungen auf dem Markt. Der AOC G2SPU ist ein beeindruckender 24 Zoll FHD Monitor speziell für anspruchsvolle Gamer. Mit Full HD Auflösung und schneller Reaktionszeit von einer Millisekunde bietet er herausragende Bildqualität und reaktionsschnelles Spielerlebnis ohne Bewegungsunschärfe. Die 165 Hertz Bildwiederholfrequenz sorgt für bemerkenswerte Bildglattheit und minimiert störendes Tearing für ein wahres Spielerlebnis. Die Integration von FreeSync Premium Technologie ermöglicht synchronisierte Bildwiederholrate für flüssigeres Gameplay. Der Monitor hat vielfältige Anschlussmöglichkeiten wie VGA, HDMI und DisplayPort für problemlose Verbindungen mit PCs, Laptops und Spielekonsolen. Der eingebaute USB Hub bietet zusätzliche Bequemlichkeit und einfachen Zugriff auf USB-Geräte. Das auffällige schwarz-rote Design verleiht dem Monitor einen markanten Look, perfekt für ein Gaming-Setup. Das IPS-Panel ermöglicht breite Betrachtungswinkel und präzise Farbwiedergabe für klare und lebendige Inhalte aus verschiedenen Blickwinkeln. Trotz beeindruckender Merkmale hat die Full HD Auflösung möglicherweise Kompromisse für Nutzer, die höhere Auflösung bevorzugen. Der LG GN60R ist ein beeindruckendes 24 Zoll Display für anspruchsvolle Gamer. Full HD Auflösung und eine Millisekunde Reaktionszeit bieten hervorragende Bildqualität und reaktionsschnelles Spielerlebnis ohne Bewegungsunschärfe. Die 144 Hz Bildwiederholfrequenz minimiert störendes Tearing und macht das Spielen zum Genuss. Das IPS-Panel ermöglicht breite Betrachtungswinkel und präzise Farbwiedergabe für klare und lebendige Bilder und Videos aus nahezu jedem Blickwinkel. Die Kompatibilität mit FreeSync und G-Sync-Technologie sorgt für nahtloses Spielerlebnis mit AMD und Nvidia-Grafikkarten. Der Monitor ist äußerst vielseitig und ermöglicht uneingeschränkte Nutzung der Grafikkarten für Spieler. Der Monitor hat vielfältige Anschlussmöglichkeiten wie HDMI und DisplayPort für problemlose Verbindungen mit PCs, Laptops und Spielekonsolen. Das minimalistische und ansprechende Design macht den LG GN60R zu einer attraktiven Ergänzung für jedes Gaming-Setup. Trotz vieler positiver Eigenschaften mag die Full HD Auflösung für manche Nutzer, die höhere Auflösung bevorzugen, ein Kompromiss sein. Der MSI Pro ist ein ultraschlanker portabler IPS-Monitor mit 39,6 cm Bildschirmdiagonale. Mit Full HD Auflösung von 1920x1080 und IPS Panel bietet er beeindruckende Bildqualität mit lebendigen Farben und klaren Details aus jedem Blickwinkel. Das kompakte und leichte Design des Monitors macht ihn äußerst tragbar und ideal für unterwegs oder als zweiter Bildschirm. Die Verbindung über USB Type-C oder Mini HDMI ermöglicht eine bequeme Verbindung mit Laptops, Tablets und Smartphones. Die 60 Hz Bildwiederholfrequenz sorgt für flüssige Darstellung und das ultraschlanke Profil macht den Monitor zu einem ästhetischen Blickfang auf jedem Schreibtisch. Ein weiterer positiver Punkt ist die einfache Einrichtung, da der Monitor über USB betrieben wird und keine zusätzliche Stromversorgung benötigt. Dadurch wird die Kabelanordnung aufgeräumt und die Mobilität verbessert. Trotz Portabilität hat der MSI Pro einige Einschränkungen. Die 15,6 Zoll Bildschirmgröße könnte für manche Benutzer zu klein sein, besonders wenn sie größere Monitore gewohnt sind. Die 60 Hz Bildwiederholfrequenz könnte für anspruchsvolles Gaming oder Bildbearbeitung eine Herausforderung sein. Der Lenovo Q24 i20 ist ein hochwertiger 24 Zoll Full HD Monitor, der mit einer Vielzahl von beeindruckenden Funktionen aufwartet. Mit seiner Auflösung von 1920 x 1080 bietet er eine klare und gestochen scharfe Bildqualität, die ideal für Produktivitätsanwendungen, Multimedia-Inhalte und sogar leichtes Gaming ist. Die Bildwiederholfrequenz von 75 Hz sorgt für eine flüssige Darstellung und ermöglicht ein angenehmes Nutzererlebnis beim Surfen im Internet oder beim Ansehen von Videos. Der Monitor verfügt über eine Helligkeit von 300 Nits und eine entspiegelte Beschichtung, die lästige Spiegelung und Blendeffekte minimiert und eine klare Sicht aus verschiedenen Blickwinkeln ermöglicht. Die integrierten Lautsprecher bieten eine praktische Audiolösung, die für den alltäglichen Gebrauch ausreichend ist, ohne dass zusätzliche Lautsprecher erforderlich sind. Ein weiterer positiver Punkt ist die Höhenverstellbarkeit des Monitors, die es dem Benutzer ermöglicht, dem Bildschirm nach seinen individuellen Bedürfnissen anzupassen und eine ergonomischere Arbeitsposition zu finden. Die Integration von AMD FreeSync-Technologie ermöglicht eine synchronisierte Bildwiederholrate zwischen Monitor und Grafikkarte, wodurch störende Bildschirmrisse und Unstimmigkeiten während des Spielens minimiert werden. Trotz all dieser positiven Aspekte gibt es auch einige negative Punkte zu beachten. Die Reaktionszeit von 5 Millisekunden mag für die meisten alltäglichen Aufgaben ausreichend sein, aber für anspruchsvolle Gaming-Enthusiasten könnte sie möglicherweise etwas zu hoch sein. Vielen Dank fürs Zuschauen! Ich hoffe, dieses Video hat euch einen hilfreichen Einblick in die Welt der Monitore gegeben und euch bei der Auswahl des perfekten Modells für eure Bedürfnisse geholfen. Mein Kanal bietet regelmäßig spannende Reviews und Vergleiche zu einer Vielzahl von Technikprodukten, darunter Monitore, Laptops, Smartphones und mehr. Wenn ihr mehr solcher Inhalte sehen möchtet, dann abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Ich freue mich immer über euer Feedback. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar und teilt mir mit, welche Produkte euch besonders interessieren oder welche Themen ihr in zukünftigen Videos sehen möchtet. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zum nächsten Video!